so einen wunderschönen guten morgen hallo und herzlich willkommen zum market round ab wir sprechen wieder über das markt oder den markt über ein markt update wir gucken uns die aktien news der woche an und wir haben natürlich auch einen blick auf die kommende woche es steht einiges an es ist einiges los und deshalb will ich auch nicht lange um den heißen brei herumreden wir starten einfach mit dem markt update was ist letzte woche wichtiges passiert wir starten mit einem blick auf den dax denn beim dax kach war schon einiges los muss man sagen wir können das ganz gut hier sehen und ich schalte einmal um in den anderen modus dass wir so ein bisschen mehr auch auf den grafen blicken können wir sehen dass der dax leicht konsolidiert hat also wir haben hier in der blauen in der blauen markierung einmal so den wochenbeginn der letzten woche und wir sehen dass eigentlich im wochenverlauf wir relativ frühzeitig eigentlich so eine konsolidierungsbewegung leichte abwärtsbewegung gesehen haben das hat sich schon an der woche zuvor eigentlich leicht angedeutet da waren wir aber eher noch an dem allzeit hoch dran teilweise gab es auch ordentlich bewegung an den märkten ein bisschen getrieben und das sehen wir gleich wenn wir auf die usa blicken aus den us inflationsdaten und auch aus den wirtschaftsentwicklungsdaten grundsätzlich muss man sagen ist man aber weiterhin eigentlich hier ziemlich positiv eingestellt wir sehen dass diese unterstützung hier bei 18.500 punkten die hat eigentlich ganz gut gehalten und das trotz ja so einer leichten gewinnmitnahme an den märkten trotz einer leichten aufkommens einer etwas ruhigeren phase und das auch natürlich immer wieder in dem kontext dass wir diese woche zinsentscheid haben mit ja wahrscheinlich eine ersten zinssenkung aber man ist natürlich immer noch gespannt was am ende der woche dann wirklich passiert ist ganz grundsätzlich muss man sagen scheint es eher eine positive korrektur zu sein und das ist auch so ein bisschen das was sich hier wieder angedeutet hat wir sind also weiter in einem positiven aufwärtstrend der auch weiter enthält mittelfristig gesehen hier auch schon wieder so eine leichte erhöhung auch noch über dem gleitenden durchschnitt und das einzige was so leicht negativ zu sehen ist und das sieht man hier unten ist so der macd der sich aber trotz dessen eigentlich hier jetzt auch nicht allzu negativ äußert wir gehen ein bisschen weiter denn in der zehnjährigen bundesanleihe war tatsächlich ein bisschen mehr bewegung zu sehen und das kommt natürlich genau aus den punkten ich gerade angesprochen habe also us inflationsdaten haben insbesondere in usa auch die renditen wieder in die höhe getrieben und dementsprechend auch hier ja in deutschland sondern für ein neues zwischenhoch gesorgt auch hier sehen wir wieder so die blaue markierung den start der letzten woche dann kamen die daten auch raus wir sind dann bis ungefähr 2,7 prozent hochgelaufen ist es quasi ein jahres hoch für die renditen gewesen der zehnjährigen staatsanleihen hier aus deutschland danach ging es dann doch wieder deutlich zurück noch korrektur bis 2,5 prozent aber auch hier hat der mittelfristige aufwärtstrend weiter bestand man sieht es ja in der grünen linie die wurde zwar hier mal durchbrochen aber grundsätzlich ja weiter positiv auch hier weiter über der 50er gleitende durchschnitt man muss aber sagen ist zeichnet sich halt schon ein ausbruch ab in der richtung also wir sehen dieses diese zuspitzung eigentlich die sich hier aus den widerständen ergibt diesen ja trennverlauf der hier so ein bisschen nach oben ausbockt und dann ist natürlich die frage was passiert am donnerstag und wo wird sich der kurs dann gegebenenfalls hin katapultieren allerdings ist die erwartung schon sehr sehr hoch dass es diese zinssenkung gibt falls sie dann doch nicht kommt dann wird sich das hier auch ziemlich deutlich wahrscheinlich abzeichnen gehen wir weiter in die usa wie gesagt da war noch mal ein bisschen mehr los auch wenn das szenario relativ ähnlich ist der s&p 500 ebenfalls hier leicht korrigiert und wir haben uns ja diese w formation in der letzten woche angeschaut insbesondere mit dem blick auf den dow jones den wir uns gleich noch mal anschauen können und der dow jones hat eigentlich so der das ganze ein bisschen vorweg genommen deswegen auch hier ein bisschen mit skepsis zu rechnen und das ist das was wir letzte woche hier so ein bisschen auch an diesem blauen strich eigentlich ja skizziert hatten dann kamen die us-inflationsdaten das ganze hat es ja nach unten getrieben wie die anleihen renditen nach oben getrieben das ganze ist korrigiert bis hin zum gleitenden durchschnitt und auch zu diesem aufwärtstrend der auch hier weiterhin intakt ist auch hier nur der msd leicht negativ also dieses leicht negative moment um auch hier scheint erstmal eine gesunde konsolidierung zu sein etwas risiko aversion wir haben einiges auch an politischen risiken aktuell in den usa wir haben alles rund um die verurteilung die auch donald trump da erlebt hat und dementsprechend haben wir doch einige risikoparameter die wir hier abschätzen müssen und da ist so ein bisschen risiko aversion vorweg gar nicht so verkehrt für die märkte und das scheint erstmal relativ gesund zu sein was hat getrieben und ja hier sehen wir es noch mal wirklich den ja oder die veränderung der us-inflationsdaten und wir sehen es hier so ein bisschen das ist jetzt das april niveau gewesen und wir sehen dass wir ja im 2,7 2,8 die wir dann in der letzten woche gesehen haben auch kaum veränderung haben und insbesondere auch kaum veränderung in der letzten zeit also nachdem die daten natürlich hier sehr sehr schnell zurückgekommen sind und letzte woche haben wir es ja mal unterteilt in verschiedene bereiche wo die inflation eigentlich herkommt dienstleistungssektor ist aktuell treibender faktor und der hält sich noch relativ stabil und trotzdem hat halt diese gleichbleibende inflation dafür gesorgt dass die us-treasuries dann auch hier stark angestiegen sind also hier mal wieder im tageschart die us-treasuries auf steigenden trend nach den daten und man sieht auch hier er dieses zuspitzen dieser beiden trendkanäle also haben mittelfristig diesen wirklich doch noch dominanten aufwärtstrend wir haben trotzdem von der spitze diesen abwärtstrend der sich hier gerade durchsetzt und man sieht so ein bisschen wie die beiden aufeinander zu laufen rein charttechnisch gesehen und das liegt genau an diesen erhöhten inflationsdaten man sieht auch die volatilität die dann am ende hier mit im spiel ist also relativ große kerzen große kerzen körper viel volumen aber wir haben diesen reggie hier der auch dann dafür deutet dass auch hier ein ausbruch eigentlich schon bevorsteht oder bevorstehen könnte fokus ist natürlich hier ganz deutlich insbesondere auf die us-wirtschaft und auch auf die ezb also was hier passiert wird natürlich auch wichtig sein für die usa ähnliches szenario man hat ja immer damit gerechnet dass die usa eigentlich vorweg die zinsen wieder schneller senken wird weil sie auf einem höheren niveau sind jetzt scheint es zumindest so als wäre es in europa der fall und ja was zum anderen dann auch wieder ein relativ positiver effekt gegeben dann gewesen war gegenüber natürlich diesen inflationsdaten ist dass die us-wirtschaft dann doch mal so ein bisschen was an fahrt verloren hat also wir haben hier so ein bisschen dieses diesen rückgang des wirtschaftswachstums jetzt in dem fall von 1,6 auf 1,3 und diese revision deutet zumindest dahin an dass ja die starke wirtschaft vielleicht doch dann etwas abflaut der dienstleistungssektor nicht weiter die inflation treiben kann und wir dann im dementsprechend dann auch wieder ein rückgang der inflation sehen aktuell ist da viel unsicherheit im markt und man guckt so ein bisschen auf europa ein faktor der dann doch wieder dafür spricht dass bald auch mal die zinsen hier senken müssen ist so das thema us-staatsverschuldung und man sieht es hier mal ganz gut abgezeichnet dass eine schöne grafik in dem falle von bärenberg und man sieht hier wirklich ganz gut ja wie in prozent des bibs die us-verschuldung abgebildet ist und auch so ein bisschen wie sie in zukunft wahrscheinlich noch steigen wird also aktuell ist nicht abzusehen dass wir hier wieder ein besseres niveau bekommen auch prozentual gesehen besseres niveau bekommen der us-verschuldung wir sehen ja immer wieder diese kämpfe auch in den us-senaten oder um es kongressen wenn es um das thema verschuldung und schuldengrenzen geht und wie man die schuldengrenze dann doch immer so sukzessive anhebt und natürlich müssen die auch irgendwie bezahlt werden und höhere zinsniveaus sind da nicht ganz förderlich das heißt nach oben gibt es irgendwo eine decklung die wahrscheinlich auch nicht so leicht durchbrochen wird und da würde man sich natürlich vielleicht auch aus politischer sicht über wieder fallende zinsen freuen es ist nur ein faktor natürlich am ende ist die fed auch in gegebenen ist offizieller manier und auch so ein bisschen wie sie natürlich doch auch agieren kann und welche ja welche möglichkeiten sie hat eine unabhängige institution sie wird also nicht auf die politik eins zu hören aber viele faktoren spielen natürlich dort auch mit rein noch ein blick auf den dow jones denn der hat ja uns letzte woche so ein bisschen diese bewegung vorweggenommen und ist dann tatsächlich deutlich auch nach unten zurückgekommen also wir sind hier schon in dem korrektur modus das kann man sagen hatten zwei trend muster hier die man in diesen beiden grünen trends eigentlich abgezeichnet hat die dann nach unten durchbrochen wurden man ist zwar trotzdem auch im aufwärtstakt es zeichnet sich ja auch ein weiterer trend ab allerdings sind wir mittlerweile unter dem gleitenden durchschnitt der macd ist ja auch negativ auch der rsi bewegt sich in so einen leicht negative richtung also hier ist schon ein korrektur modus aktuell im gange aber noch sind die trend muster positiv und noch kann man auch sagen hält dieser positive aufwärtstrend allerdings ja muss man sagen ist natürlich hier das volumen auch in den letzten tagen relativ stark gewesen blicken wir noch mal auf die andere seite und wir blicken ein nach asien also in dem fall jetzt hier auf den hang seng und auch der hat ja diesen schönen positiven ausbruch nach oben gehabt in den letzten wochen ist dann aber auch doch wieder relativ stark korrigiert stabilisiert sich aber nun um dieses niveau das sich auch der letzten woche gezeigt hat also diese 1000 diese 18.150 175 grenze die wir hier eingezeichnet haben die hält aktuell ganz gut man muss sagen das volumen oder das momentum ist natürlich gerade noch negativ wenn man von doch relativ hohen niveaus kommt also wir sehen es hier diese ausbrüche im macd positive impulse kommen halt immer noch durch die staatlichen förderpakete zuletzt allerdings wieder mit leicht negativen wirtschaftsdaten leicht negativen produktionsdaten das heißt ja also man hat sich so ein bisschen wieder auf diesen niveaus gerade gefangen die euphorie ist gerade verpufft aber immerhin stabilisiert ist sich aktuell und die trend muster und dieser ausbruch der sich nach dieser kreuzung hier so ein bisschen angebahnt hat der mündet eigentlich in diesem aktuell weiter stabilen aufwärtstrend auch hier über den durchständen noch ein weiterer blick ein schritt weiter nach japan in dem fall auf den nikkei und der konsolidiert eigentlich weiterhin um das alte allzeithoch auch das hier noch mal eingezeichnet in diesem niveau und der pendelt tatsächlich um diese um diese um begrenzung um dieses alte allzeithoch in der etwas größeren manier zwischen ungefähr 41.000 und 37.000 punkten hier muss man sagen ist so sehr sehr starker fokus auf das was im westen passiert und auch in der westlichen zinspolitik passiert einfach indem dass ja der yen doch weiterhin sehr sehr stark unter druck ist und man muss sagen dieser starke druck der auf dem yen liegt der mündet sich mittlerweile auch in den zehnjährigen japanischen staatsanleihen die sind mittlerweile auf einem niveau von über ein prozent angelangt und damit haben sie eigentlich so zehn jahres hoch wieder erreicht das heißt der druck auch hier auf eine zinserhöhung in japan der scheint doch immer deutlicher zu werden insbesondere weil er der die zinssenkungen von der fett gerade doch noch ein stück weiter nach hinten gerückt sind man spricht ja wie sagt vom september teilweise auch schon vom nächsten jahr und ja dann wächst doch auch der druck dass man hier selbstständig aktiv wird und auch dass die zentralbank in japan aktiv wird und dieser druck den sieht man hier aktuell in form dass die renditen hier wirklich auf über ein prozent gestiegen sind wenn es zumindest hier einige zins impulse gibt vielleicht auch aus europa hilft das jedenfalls auch dem yen kurs und einer stabilisierung auch des yen kurses auf wieder tiefere niveaus aktuell relativ viel druck hier am markt und ja der fokus ist doch schon relativ deutlich auch hier auf den japanischen zentralbanken die niveaus mit denen man hier versucht den jen durch käufe des jens zu stabilisieren haben auch wieder neue hochs erreicht das heißt die zentralbank ist ja relativ aktiv am markt und kauft wirklich in großen voluminas auch jen ein um den kurs zu stabilisieren also hier als aktuell viel bewegung im markt